Hast du alle voll, alle Hälfte? Ja, 20 Stück sind es bloß. Ach alles gut, alles gut. Wollt sich keiner hier entschuldigen. Also wir müssen noch warten, zwei Minuten. Und los. Was müssen wir machen? Einstürmen. Töten und Generatoren. Alles töten. Mit dieser Gewalt hier. Wir müssen Generatoren machen, okay. Mach den Generator, los mach den Generator. Mach doch schon. Schneller, schneller. Nehmt das Plastik mit. Plastik? Wieso brauchen wir Plastik? Hoch. Weg ist er. Hoch. Ich will auch ein bisschen ballern. Ja dann schieß doch. Ah voll. Oh. Lade nach. Hoch. Ist nur noch ein Bein übrig. Oh hier ist schon Radiozulachter. Alter, ja. Alter. Diese aggressive Gewalt macht mich fertig. Ich will mir schon antworten. Danke Marion. Da kennt sie wohl einer aus. Wer frost sie, hä? Ich weiß gar nicht wo ich hin muss. Durch das Fenster haben wir schon mal gemacht. Auf zu rennen du kleines dreckiges Viechstuhl. Da war so ein Blaschen, hä? So? Da war nicht klar. Hier ist der Hauptflut da. Schön schön. Aber hier sind aber noch irgendwie. Ich hab kein Blaschen. Hey. Haben wir jemanden? Dankeschön. Ja, ja hab ich schon. Was seid ihr denn? Oh, wir haben ein Dach wo der letzte Generator ist. Was ist der Karte? Ja. So, ich hab ein Händler. So wieder noch Dreck. Wow, wovon bist du denn? Schon alles leer geloodet hier. Ah. Wow. Und die Hälfte ist noch alles da. Alja. Zack. Oh, hier war noch ein Lederbanschie. Nein, gut. Okay, schüss. Ich brauch bei mir Windeln, ja. Kann ich die nicht verkaufen oder mal? Kann ich die kosten noch ein bisschen? So, Stahlwerkzeugqualität 4 kann ich jetzt bauen. Sehr geil. Uh, das ist gut. So, und dein Abflug. Ich hab noch eine andere Quest. Auch eine Nachtquest. Hab ich mal angenommen. Ah, ich bin unten. Es ging aber schnell. Hallo. Ja. Wer ist denn das denn Halt? In einer schnellen Sorte. Was? Warte mal. Ich muss jetzt mal gucken, wo die andere Quest ist. Ich wollte auch mal ein paar Schwester machen. Also räumen wir nur noch um, ja. Das ist ein bisschen, ein bisschen zu fahren, ein Kilometer. Ja, hier hin dann. Musst du, ah, musst du zur Not markieren, oder? Nee, folg dir einfach mal. Oder so. Ne, 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 ne. Oh mein. Trotz der Kater, ey. Wo ist denn das immer? Da hinten. Moritz, weißt du, wo es ist? Nein. Oh, hier sind lauter Wölfe. Wann ist das Beif von den anderen so? Wann sagt Beif? Ne, das ist neu. Und warum ist das auch bei mir nicht? Das ist bei dir auch. Das sieht man noch nicht. Und warum sehe ich deins nicht? Ach so, so. Wau, 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 wau. Warum bist du schneller als ich? Weil ich Schiff versorgen lasse. Ja, ich auch. Dann ist das Server seit ich. Weil ich abnehmen bin. Wollt grad sagen, es wird ja ein Cheat-Menü. Ey, hör auf! Ah! Sag mal, also! Voll ab ist eigentlich hier. Frechheit, ey. Jetzt weiß ich nicht mal, wo er hin ist. Also, ich fahre ihn schlecht durch Dreck hier. Wo ist er jetzt hingefahren? Wo? Oh, mein Motto ist vielleicht kaputt. Ist ein Spons? Nein! Bisschen nicht. Wo ist er denn jetzt hingefahren? Oh, man! Was soll denn das jetzt? Oh, nein, diesen Dreck. Ich hab die das im Moment echt nicht holen. Moment. Dann schaffen wir die Schwester nicht mehr. Wo seid ihr denn jetzt hin? Biss denn der alte Mann jetzt hingefahren? Kommt einfach zu mir! Kommt einfach zu mir! Oh, ernsthaft! Ja, gut, dann kommen wir die Christen nicht mehr machen. Ne, dann war's das. Ah, dankeschön. Mach dir und dann holen, ja. Das auch, ey. Dann war's das. Mach dir und dann holen, ja. Mach dir und dann. Ach komm mal sowas, ich fahre einfach hin. Fertig. Ja, fahre dann drauf. Cool, rausschufen. Ich weiß aber nicht, wo er ist. Ich weiß aber nicht, wo er ist. Wo ich bin. Sehr früh. Ich muss es sein werden. 200 Meter ist sie oder so, ne? Ja, hier bei mir auf der Ecke. Direkt bei mir jetzt. Ach du Scheiße, das ist eine Fünfer-Location hier. Jawoll. Ohohohohohoho. Das sieht aber genauso aus. Also hier, wo ich stehe, jetzt direkt vor der Quest. Ja, bin gleich da. Ja. Also das wird echt ungemütlich werden, ja. Hä? Na ja. Hä? Ja, Frank, aber... Naja. Also. Wir werden's übergeben. Ja, bis dann wieder Herstellung. So. Das kurz nochmal ausmüllen. Das weg, das weg, das weg, das weg. Das weg. Ausmüllen. Das wird jetzt... Ja, ich hab noch eine Bandage, hab ich noch gerade dabei. Ich hab's, äh, jawoll. Fertig? Ah ne, ist doch nur eine 2, hab ich weiß gar nicht, was ich mir vorangezeigt hatte. Ja, du bist wahrscheinlich gerade irgendwo durchgefahren, ja. Ja. Es ist doch wieder die gleichen Location. Also in der Ecke. Ja. Und Fessi. Aber wissen wir ja, was wir zu tun haben. Wie sie einfach dran vorbeilaufen. Wolle. Ich bin schon beim Jen. Ja, ich versache mich ein bisschen. Ein bisschen? Also nicht. Ein bisschen doll. Ich decke dich von hinten. Sag's doch einfach. Oh. Ja, ich spür nix. Nee, ich hab's auch nicht bei zwei. Ich fussel da. Bei zwei, nee, mehr. Kannst du auch nicht spüren. Au. Wie er schon nach oben läuft, wie er ist. Ja, es sind die Selektiven. Wie er schon nach oben läuft. Jawoll. Jetzt sind schon die Selektiven. Das sind die Selektiven. Er. Ich bin vorhin, vorhin waren die anderen oben, weißt du. Jetzt lauf ich einmal hoch. Einmal. Ich bleib einfach hier stehen. Ich bleib einfach hier stehen. Da oben ist noch eine Mami. Ja, ich mach den Generator. Ja, du musst nachladen. Entschuldigung. Nachladen. Brauch mal nicht. Das ist irgendwo ein Scheier noch. Man kann einfach alles tot machen. Der Generator ist. Der ist beim Wasserturm auf der Seite. Wuuu. Viel Spaß. Am Wasserbohrm. Immer diese Gewalt. Was haben wir hier schönes? Zombie? Wo denn? Wo ist er denn? Hallo? Aber nicht für die Quest. Ja, der Pendler pennt. Wuuu. Oha. Und er explodiert gleich. Hier unten ist ja alles voll und ist noch ein bisschen. Ich weiß nicht warum, aber. Hä? Wo? Und wahrscheinlich bis vorne. Wer hat denn die zu Besuch geholt? Na ja, die standen da. Ich glaub schwarzer Kader. Ja, Mann. Ne Zeit. Ne, es ist nachts im Zerstörten. Kann sein, dass sie einfach hergefunden haben. Das kann auch sein. Hä? Oha, 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 oha. Dann müssten wir eigentlich noch zu den anderen Händeln fahren. Der Händel sagt, da muss ein Statter ist. Oh, dann wird ein 6 Mega-Zombies spawnen. Da sind wirklich viele Zomies spawnen. Die sind halt für 11.000. Achso, dann ist es das. Ja, okay. Dann sind wir wahrscheinlich schon. Dann ist es doch schon hier. Nachladen. 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 Danke. Danke. Aber die Zombies geben auch relativ Blut. Ja. Ey, halb ich geh aus meinem Moped raus. Alter, bunt sich gerade am Motorrad. Dreckig. Gibt es hier irgendwo einen Händler? Was? Gibt es hier einen Händler? Weil du gesagt hast, wir müssten hier zu dem Händler gehen. Ja, nächstes Morgen. Nein, ob es hier einen Händler gibt. Also hier den Händler gibt. Nehmen wir einfach ein paar Tabletten. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hier in der Nähe. Wo muss ich gucken? Hier war ich selber noch nicht auf der Ecke. Kenn ich nicht. Achso. Ich guck mich immer um. Da ist ein Cracker Book. Da komm ich. Da steht mein Name dran. Viele Zombies, viele Zombies. Achtung. Boah, die sind alle schlecht gelaunt. Aber ohne Beine kommen sie nicht weit. Das ist korrekt. Das ist aber jetzt nicht bloß in meinem Willen. Ähm. Kein Schüsse, nur. Ja. Wir haben heute Morgen schon so eine ganz schöne Runde hinter uns mit Schüchten. Ja. Ihr könnt es ja gleich machen, wenn wir wieder daheim sind. Oh. Ich bin... Lucy unterwegs ist halt ein wenig. Das ist. Das ist. Das ist. Das ist. Das ist. Wo kommt sie denn her? Wo kommt sie denn her? Hier oben wahrscheinlich. Anna liegt auf der Theke. Ja wo kommt sie denn her? Nimm mich. Hey. Was? 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 Huh? Ha? Kommen wir. Wie ihr den ganzen Büchern vorbeirennt. Nee. Ich war voll nur. Deswegen. Ja. Ja. Das ist auch neu hier. Auf Wiedersehen. Das ist jetzt aber gleich mal in der Fallschule weg. Ohhhh... Knutzen... Knutzen... Hallo, ich hab nicht abgefahren. Jetzt auch über Kanalpunkte. Ich hab auch noch ein bisschen ändern. Rektalpunkte. Rektalpunkte? Geil. Ok... Wasser... Ich... Was? Wasserhaller? Ok. Oh, danke! Ich... Weiß ich nur... Da ist nur ein... Ich bin wie ein Cowboy. Ja, genau. Was? Bist du ein Cowboy? Cowboy. Ein Cowboy? Ich hab wahrscheinlich ein Cowboy. Äh? Hallo, hallo, hallo. Ich rüscht halt alles bei mir. Warum? Weil du wahrscheinlich gleich Besuch kriegst. Äh... Ohhhh... Die Kamera ist ja... Ohhhh... Also... Software... Das ist ein Problem, ey. Ohhhh... Ich sterb jetzt nur wegen der Kamera. Ohhhh... Hä? Wie kann man... Wie kann man... Wie kann man... Wie kann man denn wegen der Kamera sterben? Bei mir alles ruckelt. Bei mir ruckelt alles zu viel sauberer. Ohhhh... Ohhhh... Jawoll... Ja... Ja... Ich muss mich sterben lassen. Warum? Weil... Weil ich nicht machen kann. Weil ich nicht machen kann. Das... Die ruckelt halt wie saubern hier. Weil ich... Keine Software schon wieder abgeschösset. Oh... Frosty ist tot. Es ruckelt hart. Er ruckelt sich hart. Er ruckelt sich hart. Er ruckelt sich hart ein. Äh... Ich muss noch mal eben hier. Ja... Komm ich da eben rein? Nein, oder komm ich nicht rein? Ich hab noch müssen auch hier entfernen, ey. Ja... Das mach ich auch nicht. Das kommt hier aus. Frosty, der harte Ruckner. Ja... Der was? Frosty, der harte Ruckler. Ja... Aber ich muss mich jetzt heute noch anlassen. Aber so funktioniert mein Kern nicht. Öh... Sechser... Darum noch was? Ja... Das ist ja fein, ey. Ja, das ist ja fein. Ach, das ist ja... Ach, Grünel. Moine. Oh, ich hab ja immer so... Oh nein! Oh... Warte, ich muss nachladen. Boah... Nein, das möchte ich nicht. Tschüss, ich muss weg! Mit dieser Gewalt... Auf meine Moppe. Auf meine Moppe. Ja... Ja... So, was haben wir hier Schönes? Aha... Aha... Okay... Okay... So... Lass mich mal die ganzen Bücher sammeln hier. Uh... Das ist Rathaus. Da würde ich vielleicht aber auch nicht alleine reingehen. Ja... Will jemand mitgehen? Das ist garantiert eine Firma Location. Ja, wo müssen wir denn? Warte kurz... Ich bin noch nicht... Ich bin noch hier am Looten. Rathaus, viereinhalb, ja. Oh, Alter... Ich bin doch beim Krecke Book. Also... Ich warte hier mal auf euch. Permaless? Okay... Ja, komm mal rein. Na, Permaless ist nicht so mein Ding. Ne. Me too. Und dann am besten noch mit Twitch-Integration. Ja, genau. Genau. Dann kannst du dich aber auch gleich selbst... Ja. Ist das dein Moppe? Ist ja in Morbus, ja, ne? Krecke Book? Oder was hast du gesagt? Ne, Krecke Book ist... Nordisch. Ja, aber da bin ich auch durch. Also hier gibt's nichts mehr. Wo bist du in Morbus? Äh... Ich bin hier! Ja. 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 Ja, benutzen, benutzen. Aber doch nur weg, wen schmissen ich hat für diese. Kann ich alles benutzen? Benutzen. 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 Benlegen. Benutzen. Benutzen. Gibt's hier? Benutzen. Ich hab noch Munition. Wer werden... Äh... Die... Magnum. Ich? Äh... Nordisch, ja. Ja. Kann ich dir gleich nochmal... Ein bissel Munition geben? ja ja ich habe nur gerade die musik loswerden dass man mal jetzt habe ich noch momentan noch dabei ist nicht auf den schwabbel verprügelt ihn jetzt hier fertig noch irgendwie rauskommt und sie nicht irgendwie so ein tor gibt sich ein schalter was will ich nicht hören was vielleicht haben wir genug haben immer alles mit dem ja natürlich was hast du denn mit ihr hier gemacht posty warum kommt warum liegt sie so da ich muss weg mach schon mal die tür auf schaff mal die die 28er noch weiß ich nicht ob ihr schafft auf jeden fall noch ich weiß es nicht ob ich schaffe aber wir warten noch mal sehen ob wir die dann spielen was denn mein macht mir nix tag 27 28 28 29 50 jahre ich glaube da bei lösen haben immer zwei weil wir schon ein höheres level haben bei einer gruppe bei einer gruppe kommen gleich mehr da kommen dann wahrscheinlich 4 oder 5 ne ich mach mal aus schon aufm weg ab wer ich ja schon aufm weg also was habe ich denn hier gebraucht ich habe erntewerkzeug ich brauche noch 4 hefte für erntewerkzeug dann kann ich Bohrer machen ich brauche noch 4 erntewerkzeugehefte dann gibt es den 1er Bohrer dann gibt es den 1er Bohrer BAM weg mit ihr machen wir den 1er nahrung 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 USA nahrung naja nahrung 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 Robert herr ich stell Na toll, hat jemand Verbandsgästen dabei? Ich habe gerade mal einen benutzt. Ja, 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 weil ja. Danke. Ich habe noch zwei Bücher, wer will. Was? Kenn ich glaube ich schon. Alter, nicht bei den Motorrädern, seid ihr des Wahnsinns. Ich weiß nicht. Warte mal, wo ist der Nordisch? Ich habe hier noch einen Moon. Zack. So. Dann ab in die Town Hall. Ich habe hier aber keine Quiz. Nein, das ist keine Quiz. Das ist ja auch nur eine Vierer. Oh Gott. Danke. Ich hätte das nicht trinken dürfen. Danke. Oh Gott. Guten Tag, euer Ehren. Ich bin betrunken. Oh Gott, ich sehe nichts mehr. Oh Gott. Ich bin so stunzenvoll. Hallo? Hier ist nach unten. Hier ist nach unten. Hier ist nach unten. Bei mir. Ich sehe nichts. Oh. Hier, hier. Hier bei mir. Hier ist nach unten. Oh Gott. Tschöööö. Ich bin schon unten. Ey, ich sehe nichts. Ich sehe immer auf nichts, Alter. Ich sehe immer auf nichts, Alter. Ey, die viel ist ja noch nicht los. Komm, du Scheißer! Die haben sie aus ihren Fällen! Oh, Vorsicht! Oh, jetzt ist es weg. Oh Gott, also ich sollte es nicht mehr trinken. Das ist ja übel, ey. Ich such die Scheißer, ist er! Und wieder Selektiv-Loader unterwegs. Seht ihr das schon? Ist irgendjemand nicht da? Gack, 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 gack! Ach, natürlich ist es vorbei, okay. Alter. Kann ich was zwischen tun? Hm? 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 Super. Kann da irgendjemand aufmachen? Ach doch. Weiße. Ich mach auf und dann gleich rein. Ja, natürlich. Immer das gleiche. Immer die Selektiv-Loader. Immer das gleiche. Gibt es hier noch irgendwo weiter? Oder wie oder nicht? Oder doch? Oder was? Blech ist übernehmen. 1, 2, 3, 4, 5 oder 6. Acht. Waffenvorräte in 30 Sekunden. Alter. Ich bin nur gerade am Geld-Otomaten jetzt. Nein. Mach doch! Ja. Mach die Tür auf, ja. 1100 Kohle. Jawoll. Hier geht es aber wieder raus. Wie ist denn wer hier? Wie ist denn da so richtig da rüber gekommen? Ich bin doch wieder hier. Was war das? Wie ist denn so noch Kisten? Äh? Die sind ja heil. Das ist mir für alle. Alter, jammern Baby. Wie. Oh, wieder nur die Drecks. Einser weiß. Aber ehrlich. Drei sind's nicht gut. Oh, ja. Verändern. Dreier Pumpkin. Jaaaan. Wird die mal ne zweier Pumpkin? Ja. Aber ich hab mir schon mal dreier. Ah. Ich hab mir schon mal dreier. Ja. Das war's schon. Jetzt sind wir im PD hier allerdings. Hä? Das sind wir? Können wir hier irgendwo rein. Wär du? 30.000 hier deine Mutter, deine. Hä? Ah ne, hier kommen wir ja so rein. Hä? Geh doch einfach hier rein. Aber hier waren wir schon. Können wir sehen was, ja. Ah, da kommen wir her. Okay. Gut. Cool. Bin verwirrt. Ich bin... Boah, ich nehme alles. Alles. Ähm, Dings. Bums. Viecher. Gedöns. Was für ne Geschlechtsgangheit. Dings, Bums, Viecher, Gedöns. Geschlechtsgangheit? Äh, Puhli. Wär jetzt alle Feinsäure nicht auseinandergenommen. Ich weiß gar nicht, wo wir hin. Abschlimmung. Nyaaau. Keine Ausdauer. Lass das doch. Ist aber noch nach oben. Bunni. Waffen. Wo ist das hin? Küsschen aufs Schnüsschen. Küsschen aufs Schnüsschen. Vielleicht noch mal hier morgen nochmal ein Screen. Weil? Meine Frau und Kinder fahren bis Mittwoch weg. Aha. Na dann. Sind wir bei dir in der Nähe. Stimmt, welche das? Mhm. Aha. So, ich bin oben im zweiten Stock. Da gibt's noch mehr Stimmung. Waffen. Oh, ich hab jetzt auch ne... Ne, das ist ein Unterhebel. Unterhebel. Hä? Ja. Einmal hier. So. Marion. Nochmal tausend Pumpe zu deinem... ...Left tausend Ach du Scheiße. Was denn? Hier ist Stimmung. Achso. Warum bin ich hier? Okay, der ist weg. Ich hab doch gesagt, ich bin im zweiten Stock. Da geht's noch ab. Bei der Stock? Ich bin draußen. Da kann ich ja nix dafür. Weiß ich, wo kommst du denn hier in den zweiten Stock? Hier über das Hocke bei der Nummer? Über das Treppenhaus. 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 Bist du da oben lang? Ich bin ja eh nicht da. Ist doch egal. Ach und deswegen zählt meine Meinung nicht. Okay. Das ist korrekt. Ich zähl schon, aber du bist ja nicht im Chat, oder? Nein. Hm. Uh. Da ist ja fast weg. Hallo. Ich da. So, passiert hier oben noch was, oder? Die Frage war, ob es morgen auch noch ein Stream geben soll. Bis da hoch. Waren die hier schon? Weil, ich weiß, ich hätte Zeit. Because I love you. So. Hier bin ich ganz viel anfang. Bisschen. Bisschen schwer. Und ich hab Moser. Moser habe ich ja auch noch zwei. Ähm. Okay. Mh. Wieso? Was würdet ihr denn vorschlagen? Zombies halten alle mit das aus, was ihr mal aushalten sollt. Hallo. So. Haben ein Zombie gesehen. Aha. Zwei Tage hintereinander halte ich euch nicht aus. Ja, die anderen beiden werden da nicht spielen. Nö. Ich hab noch was mit zu sehen, dass ich meine... Spielen ja, aber sonst nein. Jette. Schaffe ich einfach zeitmäßig. Ne. Na. Na? Dim, 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 dim... Na komm mach doch jetzt. Zerlegen. Dietrich Power. Aber die kurze mundo. Ich hab doll zu ihm. Oh. Ja, ich hab vorne viele Damen. Stahlwerkzeug Qualität 5 habe ich das nicht schon gekonnt? ich habe immer Bücher und Hefte die ich schon habe, das ist doch blöd da ist einfach mal die Flagge weg, oh Gott wenn das ein Amerikaner sieht ja, Pech gehabt, wollen wir sich doch beschweren ja, Handzeige ist raus jetzt wieder runter da wollen wir nicht lang da wollen wir nicht weiter da wollen wir die Quest abgeben ach ja, können wir machen verändern warum auch immer ich werde erst mit den Fissen abholen danke sehr liebes Gemütze warte mal, ich habe noch Munition für dich ja gerade, ich muss es immer noch aussortieren hier da habe ich nämlich keinen Platz im Inventar ich hoffe schnapp wollen wir mal Blachricht seine Fissen abholen zick hab ich den Wirt ruhig mal hm hier ist noch eine 3 Magnum misch drauf hier ist noch der oooohh wo ist guck mal der alt alt uuuhh was war das? hm wo ist denn hier ein Händler in der Nähe? weist das jemand he ich musste auf der Garde gucken ich sehe keinen ja siehste aber vielleicht hat schon jemand einen entdeckt äh händler ist das ne ich glaube ich noch nicht oh mein sprich ist halt alle so da kann man erstmal hinweg und die erste quest abgeben hier ist alles voller wasser oder die toll vorkommen kommt mir rüber das war nicht schon wieder der scare ja ich sehe nicht mehr Ich hab' lauter Wut in den Controller reingeschmissen. Boah, das geht schon nicht. Was denn? Oh, ich hab'n Händler gefunden. Danke, Mario. Oh, den hatte ich noch gar nicht, den Händler. Oh, den hat schon jemand gefunden. Das ist wahrscheinlich den, den du schon gefunden hast, nordisch. Danke, danke, danke. Ja, ich glaube ja. Das ist der, der, wo's penetrant abgeht. Da musst du aufpassen. Okay. Da kommen wirklich viele Zombies. Dauerhaft. Boah, warum sind meine Sachen nachgeladen? Ich versteh' das nicht. Was hat der? Da wirst du dauerhaft herangenommen. Geil. Oh, noch Hundilein. Dein Fleisch gilt mir, du kleiner Bastard. Bisschen Fleisch? Und zack ist dein Kopf weg. Alter, Tommy, geh weg von dem Vieh. Bist nicht ganz dicht. Ich hau' dir auf die Fresse. Das ist mein Vieh, Alter. Geh weg. Oh, da gibt's ein Mini-Motorrad. Geil. Geil. Oh, das wir so wenig Fleisch haben. Ich hab nämlich gerade 350 Fleisch dabei. Dann... War sehr gut. Dann... Schaff' mal. Ein Spielderby bei mir, jawoll. Schaff' mal wieder ein, zwei Tage. Ja. Ein Spielderby. Ich kann mich nur einsammeln. Ich bin... Ich bin mir überlassen. Kannst du mal weiter? Ey, fass' mal aufhören, meine Schwarz ist was du Arschlo. Oh, siehste? Oh, siehste? Okay. Well, all righty this. Let's get the ball rolling. Ja, mach das mal schwarzer Kader und glaub' mal dran. Glaub' mal dran, wer dann in Detail modet wird. Das verspreche ich dir. In Detail-Motorrad, ja. Was dann? Wenn du das verderben solltest. Also... Es gibt so Sachen, da werde ich ein bisschen empfindlich. Ah. Ah, das ist schon sehr. Hehe. So. Oh, ein Derby. Ich hör' das mal an. Oh, mal komm' Oh, das ist ja... Oh, das ist ja... Oh, das ist ja... Oh, das ist ja... Oh, komm' mal ran, du Figi. Ich will nicht hauen. Das hat er wohl nicht gewusst, dass da ein kleiner Geheimnis ist, nicht? Komm ran, komm ran, komm... Oh, nee. Sorry, aber... Sorry, aber... Jawohl, noch ein, noch ein Ruf. Ah, ja. Oh, ja, lauf doch alle, bitte. Bitte lauf doch alle. Hahaha. Äh? Nein! Da oben drauf, wann die, ne? Äh, zack. Sehr gut. Ah, das ist ja klar, da war doch auch schon verkaufen. Äh... Ähm... Zapp, zapp. Zapp. Zehn Punkte. Zwei MP5. Brauchhainer, ne? Ne. Ne. Ne, ich hab schon eine Dreier. Ich meine, ich hatte doch für eine Vierer gefunden. Ja, die hab' ich schon. Ich nicht. Ja, die ist ja zu Hause. Ich muss ja was zur Waffenkiste rauskommen. Ich gucke dann mal. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Oh, ja. Hallo. Komm ran, los. Komm mal ran. Komm ran, los. Lass mir ran da, denn sie will ja. 22 Punkte. Boah! Nein, 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 nein! Das ist... Nicht dein Ernst, aber ich bin tot. Ich bin tot. Hä? Hä? Ich bin tot. Alter, was ist das für eine Scheiße. Komm, 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 komm. Wow, 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 wow. Alter, ich könnte kotzen. Mein Motorrad ist weg, alles ist weg. Watt, wieso watt? Weil ich ins Wasser gefahren bin und es 10.000 Meter tief ist. Und jetzt kommt hier noch eine Horne. 10.000 Meter noch. Das war so, was ich letztes Mal auch hingekriegt habe. Jetzt bin ich auch noch tot gleich. Und dafür ist mich dieser Scheiß Steg nämlich richtig mies da. alter willst du nicht rollen jetzt mal scheiß mit proppeter und man kann davon um machen aber muss man sich im Alter sein Nürnstein A er muss auch immer noch nicht zu sein wo bist du fertig? wie? da war die Fresse mit den Schuhen und so, ne? B, B, Riesenköpfe, Klamauk, ach so. Absolut. Jawoll, Klamauk! So. Klamauk? Klamauk! Das muss ich mal weg. Dort kann ich eigentlich auch verkaufen. Dort kann ich verkaufen. So viel Spaß haben wir denn nicht, ne? Erstmal ne Pistolette, ne Zweierpistolette, Fertigungsbaupläne, ich nehme mal das. Und eine Mütze. Im Prinzip ja auch noch. Warum das denn? So. Ja, aber wir haben alles zuhause dafür. Hast du dein Muster wirklich verloren? Ich konnte es gerade aufheben. Aber jetzt trinke ich wahrscheinlich gleich. Nein, 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 nein. Ich musste jetzt einen Haufen wegschmeißen und musste tauchen, dass ich es wiederkriege. Oh Gott. Sprit ist ja echt scheiße, ne? Also, so viel Sprit man verbraucht und... Ja, das weiß ich nicht, ey. Haben wir echt ein bisschen hart gemacht, ne? Ja nun. Alter, das war richtig asozial gerade gewesen. Alter, das Wasser ist echt tief, ey. Leck mich fett, ey. Und da, das war richtig. Und da. K retz ist ja, du... Oh Gott, du... Musik. Und da, du... Oh Gott, du... Und da ist ja so schwer. Und dann... Musik.